Sieh dir den Regenbogen an? Welchen verdammten Regenbogen? Boah, ich hab mich da doof. Aber da, und das Schiff gerade ist ja mal da. Ist da ein Regenbogen. Ah, da ist... Sieh ihn dir an. Vielleicht muss man da hochklettern, ja? Im Haus ist nichts. Sieh ihn dir an. Es ist eine Aussichtsplattform, denke ich mal. Es ist eine Plattform. Und die Kamera muss klein sein. Bleib weg. Das ist ja schon fast erledigt hier, Alit. Wir müssen nur recht haben damit und das wäre eigentlich so perfekt. Na, na, na. Yeah, mh. Yeah, oh. Hm, oh. Oh, ich bin eine Wolke. Ich schwebe da. Und bewege mich nur, wenn ich auch wirklich im Sichtfeld bin. Oh, der fliegt so hoch wie ich? Oh, der hätte ich töten sollen. Daher werde ich ihn jetzt die ganze Zeit hören, wahrscheinlich. Oha. Der nervt mich jetzt echt die ganze Zeit. Wenn man den nicht tötet, dann ist das echt nervig. Der hat mich ja vorhin gekillt, stimmt ja. Ich vermute einfach, dass der da oben ist. Das Feuer mag mich. Ich bin es ja noch nicht getroffen. Das blaues Feuer ist eigentlich... Oh, naja. Eigentlich wärmer als normales rotes Feuer, oder? Na, weiß ich gar nicht. Ich habe die Frage, die ich mir schon mal gestellt. Blaues Feuer... Ich glaube, blaues Feuer ist nämlich... ...heißer? Na, wissen es nicht. Oder doch, lieber normales Feuer. Eine kalte Flamme. Minus-Kran. Springe in den mittleren Flügel, ja, oder was? Weil die so auf und durch versucht, wenn das als Zipf wäre. Oh, ne, das wird auch irgendwie nicht passieren. Das ist halt so eine Scheißstelle. Gucken wir mal, ob das mit der Plattform echt richtig ist. Ich bin natürlich richtig nice. Scheiße. Der wird mich jetzt die ganze Zeit nerven. Ziehen die an? Nein, es ist nicht. Da ist was! Nein, doch nicht. Oh, nein. Das war die hier, die Kanone. Die. Ah! Das war echt zu hoch. Übe ich noch? Ne. Also muss ich da hoch. Das war doch schon perfekt ausgerichtet, glaube ich. Sieh dir den Regenbogen an. Boah, ist übelst schlecht. Da drauf war noch so ein Wegschmeiß-Mann. Der mich noch runterschmeißen kann, die Sauer. Aber die Welt ist abgeschlossen. Die ist schnell beendet. Uh, 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 uh. Ich wollte eigentlich wirklich erst zum Haus gehen. Gucken, was da ist, weil da so was Dingens-mäßig drauf ist. Yeah! Yeah! Ah! Über die Wolken! Ach! Komm schon. Ich will ja nicht mal was sagen, so ey, Mario, ey. Alle Mario schuld. Ja, als Luigi wäre das kein Ding. Obwohl ich Mario mehr mag als Luigi. Wissen ich. Mochte Luigi eigentlich noch nie. So. Jetzt, jetzt. Nach da. Jetzt geht's einfach mal schnell, weil ich weiß, was los ist. Oh, ich kann mich viel zu sehr überzeugen lassen, dass... Äh... Die Kanone echt im anderen Level ist. Oh, können wir doch irgendwie denken, ey. Na, 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 na. Aber wie komme ich... Da muss ja eigentlich doch ein Bob-Obs sein. Irgendwo von der Scheiß-Wolke. Aber wenn das ist... Dann ist das Level echt nicht mehr schwer. Also in jedem Fall das Secret-Level. Oder er hat das und das geöffnet, kann ja auch sein. Das ist aber echt unwahrscheinlich. Also in jedem Fall... Also in jedem Fall... So... Fick dich. Fick dich. Ja. Drei Sterne, verdammte Kacke. Hier hochklitter, da rauf. Ah, dann komme ich nicht weiter. Das ist, glaube ich, nur so ein Abschrecken oder so. Das würden die treffen. Hier können die mir auch mal Lehm farmen. Die werden jetzt echt schlimm ohne Lehm. Ah, diese Welt hat wenigstens Kamerabewegungsfreiheit. Überall kritisiert, außer hier bisher. Hier Markex. Alles ausnutzen hier, die letzten Momente. Ich habe nämlich erst gedacht, wo ich das erste Mal diese Glasdinger da gesehen habe. Äh, dass man da irgendwie Unsichtbarkeit braucht. Oh, oh. Yeah. Und jetzt verkacke ich es aber nicht. Ich mache es halt nie wieder so hoch. So, Wind. Piss dich. Er ist, glaube ich, schon perfekt ausgerichtet. Nö, du bist so hoch. Da ist ein Weckschmeißer, Mann. Ja, 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 ja. Hm. Yeah. Ich habe hier echt alle jetzt. Ich muss Glück haben, dass das jetzt auch offen ist. Das sah nämlich exakt genauso aus. Das war nämlich auch so eine Scheißplattform. Oh, alle. Erst mal nachgucken. Hm. Aber mit zwei, ja. Und, oh. Ja. Ja. Das ist echt offen. Das ist echt offen. Dann sammle ich dich jetzt ein, ey. Bin ich ganz oben? Ganz oben, ganz oben? Äh, nicht ganz. Dich will ich zuerst haben. Natürlich. Scheiß auf. Sag jetzt nicht. Der war hier. Ja, ja. Mach die Kanonen bereit hier. Boah, das hat schlecht. So geheim, Herr Stern. Du bist nicht mehr so geheim. Hoffentlich geht meine Kappe nicht weg. Ich habe, glaube ich, nie in dieser mit. Ich glaube, nämlich die geht hier drin auch. Ne, wenn ich hier einfach gucke. Also, wie ich die da oben habe. Hat nicht gereicht. Nichts, dass ich den schon verkackt habe, oder so. Erst mal auf diese bald gehe. Ich hätte erst ein System aufbauen sein. Da sieht man ja, was hier passiert. Erst mal nochmal die Kanone checken. Das ist ja sogar eine Stange, dass man dann nicht verfehlen sollte, eigentlich. Oder wenn du nicht dich hinschießen willst, also drehst du dich, glaube ich, um, oder? Warte? Hallo. Ah, da oben ist es nochmal. Ah, cool. Warte. Oh, erst mal mit dem Ender-Man. Das ist nur ein Leben. Aber jetzt nochmal Kanone. Komm schon, ich habe nicht ewig Zeit. Ewig Zeit. Yeah. Exakt neben dem hier nochmal. Genau da. Und Absturz. Da. Das ist schon mal 5. Fliegen kann ich eigentlich. Oh, scheiße. Mach ich das hier. Erst mal looken, wo noch was ist. An den Stangen definitiv noch. Da waren nämlich nur so komische Stangen. Äh, da oben. Äh, da fliege ich da nochmal hin. Hier rin. Und jetzt an den Stangen mal gucken. An meinen Stangen. Da unten ist definitiv noch was. Zwei Stücke, Alter. Uah. Und unten hängt noch einer dran, ne? Äh, da haben wir mal die alle. Äh. Was ist das? Hm, hm. Wollt schon sagen, ey. Okay. Erst mal so fliegen. Fliegen kann ich. Aber nicht auf Dinger reiten. Uh. Lass mal die Wolken finden. Da. Ja, komm, scheiß auf die Kappe hier. In das Ding reinfliegen. So. 119, Mann. Und da fehlt ja nur noch einer. Wo kann denn der nur sein? Hm, 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 hm. So. Ob da eine Nachricht kommt. Da, 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 da. So. Peach Face. Ich werde den Haslis Face mal retten. Oh, ich war jansinnig offen. Ach stimmt, das ist die unendliche Treppe hier. Oh, wie ist schlecht. Ah, konnte ich nicht sagen later. Hier könnte man wirklich unendlich hochlaufen. Schade, eigentlich ist Hackt. Hätte ich machen sollen. Bevor ich mal hier oben war. So, Borsa, da geht's nicht rein, ist einfach nur ein Bild. Das ist instant das. Ohne Ansage. Okay, acht rote Münzen. Erstmal gucken, dass hier am Start nicht jener ist. Das sieht jetzt ekelhaft aus, wenn nur die Kamera so bewegt, ey. Bäh, Hintergrund der Arschigkeit. Die wird kenn ich zum Beispiel jetzt nicht mehr auswendig. Da ist eine Münze zu sehen. Oh, eine rote. Ich höre was stampfen. Oh ja, ich weiß noch was ist, Dom. Ne, warte, ich muss das Ding definitiv verschieben. Das Ding haben wir ja noch nie gesehen. Ach, die kann man doch noch nicht mal runterschieben, ey, wenn das hier... Oh, oh, nein, 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 nein. Was? Das war schon mal ein Fail. Oh, nee. Ich werde Peach retten. Peach, kommt noch's, wir leben. Ich kann's nicht versprechen. Die erste rote Münze ist schon die erste Hürde hier. Vielleicht einfach mal nicht volle Kannen da hinschieben. Die habe ich. Die kann ich alle vergessen. Die werde ich nicht sammeln. Das ist auch mal was Neues hier. Anti-Gravitation, sagst du? Jo. Der hat echt Gumbas. Scheiß mal auf Leben oder so. Wer einfach nur die Münzen haben hier. Oh, Pflanzen. Da ist ein Leben unter. Das ist echt. Hier war noch eine rote Münze, hätte ich euch genau gesehen hier. Da. Oh, wie ist das riskant? Das Spiel macht das nicht leicht. Nur Münzen. Das ist wie ich einmal wirklich dachte, dass es nicht möglich wäre, wegen diesen einen Bug. Wo ich zuerst Bowsers Level machen musste eigentlich. Mit dem U-Boot. Das war das Schlimmste. Das war das Schlechteste. Ich bereue es immer noch, dass ich nachgeguckt habe. Ich hasse mich. Ich hasse mich dafür, wirklich. Das Schlimmste, was ich machen konnte, ey. Du Bumms, der ist halt so. Oh, ey. Willst du kein Ding, die kann man auch schicken eigentlich. Aber mach ich nicht. Muss ich aber anscheinend. Hallo. Oh, kann ich die umkippen? Nee. Oder muss ich so machen? Nee. Man kann eigentlich, glaube ich, in der Luft sogar machen. Während der auf dich fällt, kannst du stampfen und dann fliegst du durch den Durchhörse. Nee, ich mach doch so. Aber wie komm ich jetzt da rauf? Okay, ganz normal? Nee. Hä? Weitsprung? Auf dieser... Ah, wahrscheinlich Weitsprung auf dieser Entfernung. Man... Man wird jetzt mal getestet, Sauster. Ja. Das hier wird wieder eine Treppe. Ich dachte, ich schon da bin. Das ist ja eine lame Welt dann. Ich mach doch mal so. Erstmal hier warten. Das ist irgendwie komische Perspektive gerade. Ah, das ist easy hier. Was denn los? Ah. Ah, Katzen. So. Ah, jetzt sogar mal mit Zeit hier. Und das war Kacke. Ist nicht so toll. Ah. Anscheinend nicht. Wie soll ich einen Teele kriegen? Moment. Oh. Wie gut bin ich denn? Hier ist es irgendwie wichtig. Da mach ich sowas aus. Kannst du es nicht mehr? Nein. Nein, 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 nein. Das da oben war wichtig, wa? Ah. Wir gucken, ob das wichtig ist. Da oben ist eine Münze. Hoffentlich komme ich da noch hin. Wenn nicht, dann hab ich das verschissen. Ne, ich komm da glaube ich noch hin. Ich komm da noch hin. Ja, ich komm da echt noch hin. Oh, Gott sei Dank. Nein, nein, nein. Boah, mir ist jetzt nur den Rücken gebrochen. Nur Rücken gebrochen. Alles in Ordnung. Hab nämlich sieben Münzen. Ich will jetzt nicht sterben. Weil hier muss man nur speichern. Die Sterne speichern. Hier gibt es keinen unrealen Stern. Also wo du denn hin musst? Ich weiß schon ein Jahr nicht mehr, wo lang. Hier. Ich will das Level leben ohne Ende. Nee. Mann, ich will da irgendwie hochschieben, eigentlich. Hm. Aber natürlich ruhig. Jetzt, ah. Jetzt hab ich so das Spiel durch und dann auf einmal nichts aufgenommen. Wenn die jetzt verkackt hat, oder so. Na, das wär's jetzt, ey. Alle Aufnahmen für den Arsch. Na, ist schon, der muss auch in die Richtung drücken. Was? Ey, ich find es denn dumm gerade. Geh weg. Ich weiß, dass es mich trotzdem trifft. Da muss man hin. Und da geht sogar da rauf. Scheiße, oder so. Ach, schon, die halt ja gerade gesehen. Ich würde die gerade runterschmeißen. Och. Das ist eine schöne Farbe. Wenn es sich immer so abwechselnd macht, immer. Das ist dann schön. So, ist gleich da. Das war eigentlich sogar mit Absicht. Ah, das war fast dumm gewesen, ey. Das war eigentlich dann dumm. Dann dumm, dumm, dumm. Hier war eine Pflanze, ey. Nicht provozieren. Das ist ein Herz. Oh, oh, oh. 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 Ach, Gott sei Dank, ey. Aber sogar voll. Hey, immer wenn ich runterfalle, kriege ich immer so Panikattacken. Und dann steuer ich immer richtig, und dann falsch, und dann wieder richtig, und dann wieder falsch. Na, schade. Ne, 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 oh. Die letzte Münze wird mich nicht aufhalten, dieses Spiel zu schaffen. Oh, ich bin gerade instans langsam so hoch her, weil ich zwei Richtungstaste gedrückt habe. Und dann falsch rum. So. Dann verkacke ich das nicht. Ja, perfekt hier. Nichts ist mir so schwer. Alles easy hier. Alles das leichteste Spiel. Was gibt es hier? Wo ist die letzte Rote Minze? Verdammt. Bitte sei da. Die ist nicht da, ne? Ist das so eine Säule? Hinter der Röhre. Das wäre optimal, bitte. Was? Oh, ne, 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 ne. Die will ich jetzt suchen. Ne, Moment. Vielleicht ist hinter der Röhre unten oder so noch eine extra Plattform. Moment, Moment. Ne, ne, ne. Hier ist nichts mehr. Scheiße, ich habe irgendwas übersehen. Ich habe sieben. Dann gehe ich nochmal den Weg zurück. Übrigens, das Level war ganz schlecht. Die hängen auch keine Schatten an. Oder was weiß ich. Da ist keine mehr. Eine Vermutung habe ich mit dem Entschalter, wo er die Treppe gemacht hat. Vielleicht ist noch was anderes passiert oder so. Das ist wirklich das Einzige, was mir gerade im Kopf kommt. Ja genau, springen wir noch. Wirklich genau hinterher. Kann ich so machen und gucken? Hier ist nichts. Hier sollte auch nichts sein. Hier ist aber auch nichts. Wenn ich hier lang will, dann muss ich irgendwie runter. Runter ist kein Ding. Hoch, hoch nicht. Runter ist eigentlich kein Ding. Warte, bin ich hier. Warte, bin ich hier. Warte, bin ich sogar hier. Warte. Warte, bin ich hier. Warte, bin ich hier. Warte, bin ich hier. Warte, bin ich hier. Warte, bin ich hier lang geführt. Bringt mir auch wieder normal zurück. Moment. Jetzt geht der auch so lang. Hier ist nichts. Am Start war nichts, da habe ich eigentlich gesehen. Ich habe eigentlich jetzt alles geguckt. Du Kacke. Wat? Dann sterb ich halt nochmal und gucken nochmal alle nach. wo sind da acht rrobe. Wie? 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 Oh. Pushowana. Wie?